Hallo Leute, heute zeige ich euch ein Unboxing der besonderen Art. An mich ein Thermometer, ein smartes Thermometer von Switchboard. Kostet ungefähr 20 Euro, so sieht das ganze aus. Lässt sich mit dem Smartphone verbinden. Mal aufmachen. Ich habe hier mein Unboxing Messer. Was sind wir da? Ein Thermometer. Die Batterie. Halterung und Gebrauchsanweisung. Beziehungsweise kann man hier einscannen für die App. So, sieht recht einfach aus. Schauen wir nach wie es wird. Ausführliches Review mache ich dann die nächsten Tage. Da bekommt ihr auch nochmal ein Feedback. Alles klar, das war's. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020